Hey Freunde! Viel Spaß mit der neuen Minecraft-Folge und bewertet auf jeden Fall das Video! Warum ist das so kalt hier? Hallo? Hä? Wo bin ich? Hilfe! Oh mein Gott! Was ist hier los? Oh nein! Ich bin auf einer... Auf einem Block! Warum? Hallo? Leute, warum ist es dunkel? Warum habe ich Angst? Warum ist es dunkel? Und warum ist es so kalt? Und warum ist es dunkel? Und warum ist es dunkel? Hallo? Leute, was mache ich hier? Oh nein! Warte mal! Ich bin auf einer... Ich bin auf einer Insel! Nein! Hilfe! Aber hey Freunde! Abonniert zuerst einmal den Kanal hier! Drückt rechts daneben aufs Glöckchen, damit ihr ein Teil der Ickyami werdet! Und gebt dem Video gerne schon mal einen Daumen nach oben! Wenn ihr all das macht, dann wird euch jedes meiner neuen Videos direkt angezeigt auf dem Handy oder auf dem Computer! Und dann könnt ihr die alle als allererstes gucken! Schreibt gerne Erster in die Kommentare, wenn ihr wirklich Erster seid! Oder schreibt etwas anderes Liebes, damit ich euch hier im Video anzeigen kann! Aber jetzt müssen wir erstmal rausfinden, was hier abgeht! Moment mal! Warum ist es dunkel? Hallo? Die Sonne geht unter und der Mond kommt hoch! Das bedeutet... Vollmond! Werwölfe! Hilfe! Aber warum bin ich jetzt hier auf einer Insel? Hallo? Kann mir jemand helfen? Moment mal! Wenn ich hier runterspringe, dann lande ich doch vielleicht im Wasser! Aber von so einer Höhe, da plumpst man doch... Moment mal! Hier ist eine Kiste! Oh! Da liegt einfach eine Kiste! Uh! Leute, wir gucken jetzt in die Kiste rein und schauen mal, was da drin ist! Oh! Ja! Eine Kiste! Moment mal! Jetzt ist mein Hunger! Geht runter! Oh nein! Ich habe Hunger! Ich bekomme Hunger! Ich bekomme Hunger! Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Essen! Gras essen? Blumen essen? Nein, nein, nein! Das darf ich nicht! Erstmal schauen wir in die Kiste! Okay? Seid ihr bereit, Leute? Wir schauen in die Kiste! Und ihr gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, um mir zu helfen! In diesem Video, ja? So! Jetzt schauen wir erstmal da rein! Ready? Öffnen! Oh! Nur Eier? Was soll ich denn mit Eiern machen? Moment mal! Spawn Sheep? Spawn Cow? Spawn Pig? Und was ist das? Spawn Zombie Farmer? Zombie Farmer?! Wow! Das klingt gruselig! Okay, Moment mal! Erstmal schauen wir, was das hier ist! Was ist das? Oh mein Gott, wie süß! Ein Schweini! Hallo, Schweini! Wie geht's dir? Und was kommt da raus? Muuuh! Eine Kuh! Und was kommt da raus? Mäh! Ein Schaf! Leute, jetzt sind wir hier nicht mehr alleine! Jetzt haben wir drei Freunde! Hallo! Hallöchen! Fallt bitte nicht runter! Passt auf euch auf! Denn hier ist es gefährlich! Oh mein Gott! Ich glaube, ich muss für immer und ewig hier auf dieser Insel leben! Aber okay! Jetzt machen wir erstmal diesen Baum hier kaputt! Wir brauchen nämlich Holz, Leute! Das ist ganz wichtig! Holz ist ein sehr wichtiges Element in Minecraft! So! Wir müssen jetzt eigentlich schon drei Holz haben! Wo ist das hin? Wo ist das letzte Holz hin? Oh! Ein Telefon! Oh mein Gott! Vorsicht! Schwein! Du schubst mich runter! Bist du verkloppt? Das Schwein wollte mich runterschubsen! Bist du verrückt, Schwein! So! Ruhe! Ruhe! Ich rufe jetzt die Babykline an! Zack! Na los! Geh ran, Babykline! Geh ran! Hallo! Wer ist da? Babykline! Ich bin's! Icky! Ich bin auf einer Himmelsinsel! Hilf mir! Was? Wie bist du denn auf einer Himmelsinsel gelandet? Komm runter, Icky! Ich kann nicht! Es ist zu hoch! Was soll ich tun? Irgendwer hat mich hier hochgebracht! Ja, was soll ich denn dann machen? Du musst einfach runterkommen, Icky! Komm morgen früh! Okay? Ich helfe dir dann! Babykline, das kannst du! Babykline! Alter, die hat aufgelegt! Babykline! Hey! Die nutzt das aus, dass sie alleine zuhause es sturmfrei hat! Alter! Babykline ist böse! So, dann holen wir uns mal hier das letzte Stück Holz! Hier, ihr schubst mich nicht runter, ihr wilden Tiere! Aus dem Weg! So! Dann wollen wir mal! Holz brauchen wir! Dann machen wir hier eine Workbench! Stickys! Und mit der Workbench basteln wir jetzt etwas! Hallo! Und zwar brauchen wir zuallererst eine Spitzhacke! Und den Baum können wir hier mal anpflanzen! Vielleicht wächst ja mal ein neuer Baum! So, jetzt bauen wir hier mal diese Steine ab! Hier haben wir sogar den Grand Canyon! Und ganz vorsichtig, Leute! Wir dürfen hier auf keinen Fall runter! Aber wenn wir hier runter plumpsen! Arrivederci mon ami! Dann war's! Hier! Hier schießt jemand! Hier schießt jemand! Hier ist jemand Böses! Wo? Oh Gott! Vorsicht! Vorsicht! Wir zeigen uns einfach nicht mehr da unten! Da sind böse Banditen! Die schießen auf uns! So! Wir brauchen ein bisschen mehr! Wir müssen uns nämlich einen Ofen machen! So! Zack! So neun Stück! Noch ein bisschen mehr! Elf! Elf sollte reichen! So! Oh nein! Ich bekomme Hunger! Okay! Was machen wir uns jetzt? Machen wir uns das! Zack! Und das! Zack! So! Haha! Jetzt bauen wir noch ne Schaufel! Und die Schaufel machen wir am besten auch hier aus Stein! Zack! Mann ey! Ich will hier nicht auf einer Himmelsinsel leben! Ich will raus! Okay! Ich hab Hunger, Leute! Was machen wir jetzt? Oh! Wir haben hier... Damit können wir... Damit können wir einen Bauernhof machen! Aber erstmal müssen wir hier jetzt ein Loch buddeln! Huch! Eisen! Wir haben direkt Eisen gefunden! Und Kohle! Und ein Diamant! Alter! Das ist aber auch ne kleine Himmelsinsel! Da ist es doch klar, dass wir direkt sowas finden! Uh! Noch mehr! Noch mehr! Oh! Eisen! 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 Gib mir noch mehr Eisen! Oh! Da ist noch mehr Eisen! Oh! Und Kohle! Und Kohle! Ah! Hilfe! Das war ein Fehler! So! So! Und jetzt gehen wir wieder hoch! Ah! Das nehmen wir auch noch mit! Aus dem Weg Schaufel! Oh! Kann das mal wieder Tag werden? Es ist die ganze Zeit so dunkel hier! Zack! Okay! Das brät! Super! Babykline sollte mir jetzt eigentlich helfen kommen! Aber die kann mir nicht helfen! Wie soll die mir denn helfen kommen? Wo? Wer schießt denn da? Hallo? Da unten! Der da! Der kann aber nicht so weit hoch schießen, oder? So! Dann machen wir uns auch noch hier eine Hoe! Und wir brauchen das Reet! So! Wo kommt unser Bauernhof hin? Am besten hier! Neben dem Wasser! Aus dem Weg, ihr süßen Schafe! Nein! Moment! Wir brauchen hier! Warum kommt da nix raus? Samen! Ich brauche Samen! Ja! Was ist das? Zack! Seeds! Ich brauche noch mehr Seeds! 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 Opium? Was ist das? Oh mein Gott! Ich glaube das ist böses Zeug! Das brauchen wir eigentlich nicht! So! Oh! Perfekt! So! Und damit machen wir uns jetzt etwas zu essen! Und zwar Brot! Wie geht nochmal Brot? Nein! Nicht so! Ich muss Brot machen! Hilfe! Wie macht man Brot? Brot! 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 Okay, was machen wir als nächstes? Ach ja, super. Das hat auch geklappt. Dann machen wir uns damit jetzt eine neue Spitzhacke. Oder wir machen eine bessere Idee. Zack. Eine Schere. Und einen Eimer. Und mit der Schere können wir Zack, Wolle machen. Danke, Schaf. Und wir holen uns mal das andere Schaf. Zack. Oh nein, warum bist du nicht weiß? Komm her. Und du auch? Komm, komm, komm. Mach jetzt ein Baby. Ich brauche ein weißes Schaf. Nein, da kam ein graues. Kann ich dich noch nicht? Noch nicht, okay. So, komm her. Wo ist das Baby-Schaf? Baby-Schaf, 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 Baby-Schaf. So. Oh, das hat nicht gereicht. Das muss noch mehr essen. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Okay. Wir holen uns mal den Zombie-Villager. Was passiert dann? Okay, wir brauchen erstmal ein Schwert. Okay, Leute. Erstmal holen wir uns das Schwert, bevor wir den Zombie-Villager machen. So. Wir brauchen noch mehr Eisen. Da ist noch Eisen. Ein Eisen noch. Ist hier noch irgendwo Eisen? Hallo? Ich brauche noch mehr Eisen. Hier muss doch Eisen sein. Eisen, 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 Eisen. Uh, Kohle. Aber wir brauchen Eisen, Eisen. Eisen! Wir haben Eisen gefunden. Juppie! Ich kann hier nicht runter. Okay. Zack. Und jetzt machen wir uns damit gleich eine Eisen-Spitze und holen uns die Diamanten. Und mit den Diamanten machen wir dann ein super starkes Schwert. Und dann kämpfen wir gegen den Zombie-Villager. Uh, da bin ich mal gespannt. So, und was ist das eigentlich? Komisch. So, wir holen uns mal unsere anderen Freunde auch noch hier ran. Zack. Mu, mu, mu. Jetzt haben wir hier ein richtiges Bauernhöfchen oben gebastelt. Aber wie soll ich jetzt runterkommen? Ich will unbedingt hier weg! Ah! Es ist fertig! Es ist fertig! Und Tatatata! Diamanten! So, hier ist noch ein Diamant. Wir brauchen noch mehr Diamanten. Hier unten irgendwo... Ja! Oh, noch einer! Und da ist noch einer! Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Okay. So. Dann wollen wir jetzt mal sehen. Zack. Und das war's. Okay. Bereit? Wir holen jetzt den Zombie-Farmer und schauen, was passiert. Ich hab noch nie einen Zombie-Farmer gesehen, Leute. Seid ihr bereit? Los geht's! Wir spawnen ihn hier. Eins. Ihr müsst mir jetzt dem Video ein Like geben, Leute. Erstmal. Die komplette Ikki-Army muss jetzt dem Video einen Daumen nach oben geben, damit wir gegen den Zombie-Farmer gewinnen. Wir haben nur ein Schwert. Wir haben keine Rüstung. Los geht's! Hallo? Wow! Hilfe! Ja! Was hat er mir hier gegeben? Oh, schaut mal! Ich hab eine Jacke von ihm bekommen! Die sieht aber cool aus! Uh! Okay, und wie kommen wir jetzt hier runter? Ich hab ne Idee. Das ist ein Trick von Baby-Ikeline. Passt auf! Wir machen das so. Zack! Keine Ahnung, was das eigentlich für ein Zeug ist. Oh, da kam ein Brot draußen! Lecker, 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 lecker! Das essen wir mal auf. Was kommt da raus? Gar nichts. Und da? Auch nix. Na gut. Weg. Dann schaut mal, was wir jetzt machen, Leute. Wir gehen hier runter und platzieren hier einfach Wasser. Und jetzt schaut mal, das ist ein Trick von Baby-Ikeline. Wir kommen wieder runter auf die normale Erde! Ja! Wir haben's geschafft! Aber hey, Freunde! Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Videos von mir sehen wollt, abonniert meinen Kanal, drückt rechts und nicht auf die Glocke, dann seid ihr ein Teil der Iki-Army. Da wird euch auch jedes neues Video angezeigt und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Dann wird man euch loben. Und, Leute, morgen kommt ein neues, spannendes Video. Tschüss! Schaut doch meine alten Videos! Tschüss!